Warum du meinen Kanal sofort verlassen solltest A. Wegen der Triggerwarnung Während ich für mich versuche herauszufinden, wer ich wirklich bin, wird es um Kindesmissbrauch, Kindesmisshandlung, Mobbing, lautes Schweigen, Wegsehen, Machtlosigkeit und das Leben danach gehen. B. Du gehörst zu meiner Familie und bist immer noch nicht in der Lage oder auch gewillt, dich mit Dingen zu befassen oder auch zu belasten, die einfach mal passiert sind. Meine Erinnerung kommt langsam wieder und ich werde nicht mehr schweigen. C. Du kommst aus meiner Vergangenheit, willst aber von all dem nichts wissen oder es ist dir zu hart. Du wirst mehr über mich erfahren, als dir lieb ist und ich kann jedem Einzelnen, der glaubt, mich zu kennen, versichern. Das tust du nicht, denn selbst ich habe erst jetzt begriffen, dass mein Leben eine große Lüge ist. D. Du kennst mich aus der Vergangenheit und hast mir etwas angetan. Die Begründung dafür kennst du im Allgemeinen selbst. E. Wenn du mich schon immer nicht mochtest, wäre das jetzt auch ein guter Grund. Dann musst du dir mein Gerede über Anpassung, Anpassungsschwierigkeiten und meine Vergangenheit mit Sicherheit nicht antun. Das war erstmal alles für den heutigen Dienstag, was ich zu sagen habe. Allen anderen danke ich fürs Dasein. Zuhören, liken und weiter teilen. Lasst uns verhindern, dass missbrauchte und gequälte Kinder sich weiterhin verstecken müssen und später noch an ihre eigene Schuld glauben.